Claudia Hofmann, Vorstand im Fashion Council und Mitbegründerin des Fashion Councils und ich bin auch Stylistin und Fashion Consultant auch hier für die Green Showroom Show. Digitalisierung in der Mode und speziell auch in der Education finde ich sehr sehr wichtig und dass man das auch frühzeitig etabliert, also dass es schon während dem Studium angegangen wird und ich denke da wird noch ganz ganz viel modernisiert werden müssen. Einiges ist ja auch schon da, aber es ist auf jeden Fall super wichtig auch für die Designer, weil Designer, die heutzutage ihre Kollektion designen, sind natürlich nicht lokal, sondern gleich international. Insofern ist Digitalisierung auf diesem Wege auch wichtig und ich denke eben auch Digitalisierung in der Schnittführung zum Beispiel und im Design, alles was man im Design digitalisieren kann, ist natürlich auch wichtig. Und Social Media, wie wichtig ist das jetzt für die Fashion-Industrie? Also Social Media wird weiterhin wichtig sein natürlich für die Industrie und wie gesagt, manche Dinge, die jetzt eben noch so sind wie aus den 90ern, werden verschwinden, so klassische Modenschauen oder der klassische Verkauf auch von den Kollektionen. Das wird in Zukunft immer mehr über Social Media laufen und natürlich auch über Online, dadurch dass man eben gleich global auch ist und natürlich dann auch in anderer Konkurrenz zu den anderen Labels steht.